Jäger, das Kipps geht und willkommen dann auf weiteres Pfeife! Und das ist der, ich meine, wie es worden ist. Ja, man, das ist sehr spannend. Dann gehen wir uns, was ist ein Lippeidee? Heute, ich sage euch eine Erdung, meine ich, bei Jörgamer. Also, ja. Den sind wir wirklich cool. Ja, die Videos sind ganz geil, und guckt euch an die Videos, wie geil. Ach ach, guck mal mal die letzten Köpfe an, also, uiih! Mit diesen Minuten kommt man den Dönerkotter vom Oren von Koffe gleich. Ja, glaube ich ja. Würde ich nicht glauben. Ich hab den Döner gratis. Oh, man kann es bekommen. Ja. So, ich geh mal noch ein richtig kleiner Tür auf. Ich hab jetzt nicht den, äh, ich hab glaub ich zum Urlaub von der Kappe hier. Naja, ja. So, Play-Dix, guck mal die an. Und der Boaz ist ein kleines Royal. In der Familie, wie ich ihn, hab ich keine, kein jeder. Hat er nur, ähm, die bei jedem Partner. So, jetzt kommt unser Boaz, Tim Boaz, das, ähm, der ist ja ganz klein. Der hat auch eigentlich, der ist eigentlich so ähnlich wie der. Der macht das Leicht, das ist gut. So wie, Bruder! Und die, äh, das war so, um die eine Stunde oder so. Und, äh, das ist eine Firma, würde ich sagen. Weil, äh, er ist cool. Er zieht sich immer noch nicht. Was krank ist. Er hat Kanäle, er läuft in meiner Heli-Board drauf. Und, ähm, banal muss mir nur. Und, ähm, bei der Kanäle geht es dir. Moin, moin, plassi. Und, äh, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wirklich, dass wir uns sind. Und das geht nicht weiter. Und, äh, das geht nicht weiter. Es gibt leider keine Wesen abzutreten. Aber, was täglich einen trägt. Wenn ich jetzt wirklich das, was ich gewählt habe, dann schau dich gerne um. Und, wenn es dir gefällt, lass gerne ein Abo de-aktiviert die Blocke. Hau rein auf die und auf die Schleifung. Woher geht? Also, Discord server. Mein Plo. Mein Instagram. Instagram von Team Venet. Sehr super, würde ich mal sagen. Und, dann gehen wir noch auf die Banane 07. Ihre Mami ist der. Und zwar Banane 07. Der Livestream ist ja eigentlich sehr gut. Uh, der macht auch nicht gut. Leute, die mal singen. Woher läuft Also... Ich denke, ich glaube 1,5,5,5,5,5. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber na ja, wenn ich das so wohl, wäre auch nicht so... Die muss man das... Wann muss ich die Peile? Da haben wir bla bla bla, zack 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 zack. Ok ok, schnell weiter. Wofür bitte habt ihr Marco und Po gemacht hier? Ich bin wieder schön. Hallo! Hallo Leute, ich bin die Banane-Sohn-Win. Ich mache Bordes-Videos, Mat-Bordes und Anregeln und Lego. Nein! Dann kannst du auch direkt wieder abhauen. Aber wenn du sowas machst, bist du hier genau richtig. Und wer mich abonniert, gehört jetzt für Bananenabend. Und ist ein Hechtig Ehremann. Also, wenn ihr den schwarzen Bananenabend hier kaufen wollt, abonniert jetzt. Abenteuer! So, vorne! So, fünf tausend! Zehntausend! Fünftausend! Fünftausend! Wünertausend! Wie erst Clubbord zu? Also ich bin ein... Ja, morgen! Ah ja! Ah ja! Dann bis zum nächsten Mal. Das wird wieder Subconcent. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.